Es nennt sich Weißwurst. Ich denke, es ist von Bavaria. Es ist eine Art Sausage, wo man mit einem süßen Mustard essen und es ist sehr traditionell und man mit einem Laugenbrätsel mit ihm. Es schmeckt sehr gut, es ist wahrscheinlich nicht so gesund. Ich mag viel Käse Spätzle, das ist nicht wirklich Pasta, aber es ist auch sehr traditionell. Es ist gemacht mit speziellem Cheese und es ist baked in der Oven und es schmeckt sehr gut. Es ist ein Tournament mit einer großen Tradition und ich liebe es hier zurückkommen. Obviamente, ich freue mich hier zu spielen, von der Home Crowd. Auch dieses Jahr wird es nicht wirklich der Home Crowd sein, weil ich mit Dominik spielen. Also schauen wir, wo die Crowd geht. Aber ich freue mich immer, ich habe immer ein tolles Zeit hier. Und sehr rarely kann man spielen in front of the Home Crowd. Es ist zwei Mal pro Jahr Kitzbühel und Wiener und ich habe immer viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.